Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist das erste Mal, dass ihr mich hört. Aber ich werde mich erst bei 10 Abonnenten zeigen. Und ja, daneben sitzt meine Freundin. Sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal namens Robert Ländl. Und wir werden heute die Zusammenhänge-Ketten-Challenge machen. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und ja, ihr habt sie, glaube ich, jetzt ganz kurz gesehen. Hier sind unsere Handfessel-Ketten, wie man sie auch immer nennen will. Und ja, dann. Wir filmen unseren ganzen Tag übrigens. Und wir filmen heute den ganzen Tag. Ich muss jetzt erstmal reinfallen, hilf mir mal. Ich mach die Kamera hier. Geh'n du mal rein. Hier, damit ihr seht, man kann's nicht aufmachen, außer mit dem Schlüssel. Doch, man kann hier auf der Seite. Aber wir sind so fair und machen's nicht. Und jetzt schau ich den coolen Tag an. Ist nicht cool, aber ist egal. Und tja, das sind jetzt wir mit unseren Handschellen. Und ja, hier sind unsere Handschellen. Wir dürfen uns leider noch nicht zeigen. Du musst die noch filmen. Und tja, dann. Wir werden wahrscheinlich auch noch spulen. Ja, und ja, wir werden auch wahrscheinlich schneiden. Ja. Das ganze Video. Und bald. Das wird sonst zu lang. Das wird dann viel zu lang. Weil die vier und äh, zwölf Stunden. Wir dürfen jetzt nicht riechen. Nein, die Klasse. Die Klasse raus. Mein Kind ist im Bad. Oh Gott. Oh. Wir sind jetzt im Bad. Übrigens sind wir bei mir zu Hause. Ja, aber ihre Eltern wissen gar nichts von diesem Kanal. Das weiß man überhaupt nicht. Und ähm, es weiß nur eigentlich mein Bruder. Weil er hat das erste Video runtergeladen. Hochgeladen. Hochgeladen. Sorry, ich bin erst neu hier. Und es tut mir so leid. Und ja, wie gefällt euch Elis Hose? Ey, ich weiß nicht. Ey, so ist mein Name. Der sagt so doof. Es gibt ja als Annalena. Aber es gibt sehr viele Namen davon. Und wir werden es eh alles rausschneiden. Hier ist mein Fuß. Mein Fuß. Ein wunderschöner Fuß. Wunderschön. Okay. Ähm, und wir sind jetzt bei ihr. Was machen wir jetzt als erstes? Ich hab... Wollen wir rausgehen und dort vielleicht was mit mir nochmal in der Tat? Ja, aber nee. Keine Ahnung. Wir werden einfach leiser da rausgehen. Und dann sehen wir uns... Eben trampeln, höchstwahrscheinlich. Ja. Wir schauen. Wir werden aber jetzt rausgehen. Ich darf nicht. Wir gehen raus. so freunde wir sind jetzt raus wir haben uns bei ihren eltern vorbei geschlecht schau mal unsere spiegelungen man sieht nur unsere beine also leute ich glaube wir werden als erstes mal schaukeln probieren oder ich glaube wir sollten von hinten reinsteigen ich darf mal zeigen die schöne wunderschöne landschaft also übrigens wir sind auch erst zehn also deswegen erst zehn abonnenten hier ja weil hundert werde ich eh nie erreichen freunde auch nicht und wir fehlen übrigens nur acht und ich bei mir fehlen auch nur mehr acht weil meine mutter und noch irgendwie aber ich werde meine freundin sagen und sie soll es weiter sagen und dann immer so die ganze scheiß ich muss mich festhalten und ich filme hier ich habe keine einzige hand festhalten und deswegen habe ich scheiß angst hier leute wir schaukeln übrigens man sieht mein wurstfinger warte leute ihr müsst euch kurz zu meinen wurstfinger angucken und hier wirklich wir schaukeln leute und ich habe auch keine hand zum festhalten guck mal hier ist keine hand und hier ist keine hand also leute es wird ziemlich kompliziert schau das ist unsere schönen schaden wunderschön ich glaube wir sollten jetzt mal wieder hier raus ich hätte und ich hätte noch was ihr sollt unbedingt und ich hätte noch was ihr sollt unbedingt das sind meine lieblings youtube abonnierst die sind mega geil wenn ihr richtig bock auf filmen hat filme hat dann dann und alle filmfakten und filmfehler alles wissen wollt dann abonniert die unbedingt weil sie sind ähm so die typen dafür sie sind mega cool und ähm schreibt in den comments wie ihr das halt alles findet und ich weiß übrigens draußen nicht wer kennt grüße gehen raus und ähm ich sage jetzt grüße gehen raus an meine zwei freundinnen eva und luisa und ich glaube wir sollten jetzt wieder gehen und das wird lustig weil wir über diese blöden dinge hier drüber müssen okay wir können jetzt mal ins polin probieren ob wir hier springen können ich glaube das wird nicht so gut funktionieren das wird halt so mega nass sein ich probiere mal es hat bei uns übrigens gestern geschüttet und heute ja es hat jeden Tag geschüttet aber die hat sich doch schon mal in einem Video gezeigt oder? ja habe ich ja Leute ihr seht gerade hier die Strömung wunderschön ihr seht es kommt mal rein hier es läuft es läuft es läuft oh Gott ich muss meine Socken ausziehen Leute wonderful ihr habt meine Häschen Finger hier zieht sich gerade hier die wunderschönen Socken aus und ich komme aus allen Schuhen nicht raus weil ich euch halten muss hilf mir mal hier übrigens wenn ihr es hört wenn ihr es hört okay Leute und ähm ich zeige euch jetzt meine Freundin ich darf es leider noch nicht zeigen aber sie hat sich ich glaube wir sollten das ein bisschen weiter machen und das ist meine Freundin also Leute ja okay übertreibs und ähm Leute wir müssen hier kurz die weiter machen weil sonst tun wir uns noch mega weh warte und guckt damit ihr auch nicht glaubt dass wir jetzt ganz raus fahren guckt es ist noch immer dran jetzt geht wieder meinen Wurstfingermann schön also Leute wie pfuschen wir hier auch wirklich nicht pfuschen beim Bauch kennt die Serie? man hat gerade deine Haare gesehen aber egal so Leute wir probieren jetzt mal zu springen okay also so aha 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 die madame tut mir so mega weh also das bin nicht ich das ist meine Freundin und ähm sie hat ein Klapp oh nein meine Füße ja glaubst du mein Rücken nicht hallo und hier wohnt sie hallo wunderschöne Haus und ähm ich glaube hiermit ist das Video auch beendet in der strahlenden Schönheit hier in ja also wir beenden jetzt das Video aber tschüss